Musik Der geistliche Impuls kommt diese Woche wieder aus Ralligen, dem grossen und leeren Gästehaus von uns Christusträgern am Thuner See. Dieses Mal laden wir Sie und Euch ein in unsere Dachkapelle, und von Ostern bis Himmelfahrt steht hier die kleine gotische Skulptur des Auferstandenen Jesus Christus. Von hier aus grüße ich Sie ganz herzlich im Namen der ganzen Ralliger Hausgemeinschaft in diesen merkwürdigen und denkwürdigen Zeiten. Es ist unser Wunsch und unser Gebet, dass am Ende für alle Menschen Gutes daraus erwächst. Als kleine Gemeinschaft in Ralligen sind wir bisher gesundheitlich und gemeinschaftlich sehr gut durch diese Krisenzeiten gekommen. Vor ein paar Wochen kam die Anfrage, ob wir gefährdete Flüchtlinge hier aufnehmen können. Wir haben zusammen beraten und sagten zu. Aber dann haben die Behörden entschieden, ein altes, geschlossenes Asylbewerberzentrum wieder zu eröffnen. Kurz danach kam die Anfrage, ob wir ausländischen Pflegenden, die in der Schweiz arbeiten, Erholungsurlaub ermöglichen können. Wir haben zusammen besprochen, sagten zu und haben alles eingefädelt. Doch dann mussten die Verantwortlichen wieder absagen. So ist unser großes Haus seit sieben Wochen leer. Wir merken, wie viele Chancen auch darin liegt, so viel Zeit zurückgeschenkt zu bekommen. Vor allem die Sonntage. Jetzt haben wir schon sieben Sonntage in Folge als echte Ruhetage erleben können. Und wir merken, wie viel Lebensqualität von solch einem Ruhetag ausgeht. Und ich mache mir ernsthaft Gedanken, wie wir dies in die Zeit nach der Corona-Pause hinüberretten können. Wir erleben denkwürdige Zeiten und sie geben uns denkwürdige, bedenkenswerte Anregungen. Was wollen Sie sich aus dieser besonderen Zeit an Gutem bewahren? Wirtschaftlich ist und bleibt es schwierig. Da gibt es nichts zu beschönigen. Die Wintermonate sind bei uns traditionell gästearm und mit dem Frühling beginnt die Hochsaison. Darum waren bei uns in Ralligen nach fünf Wochen die Rücklagen auch endgültig aufgebraucht. Und das ging nicht spurlos an mir vorüber. Aber ich weiß nicht, ob ich es mir wirklich auch anders wünschen würde. Wir nennen uns ja Brüder. Und das gilt auch, dass wir unseren nächsten Zeitgenossen Brüder nahe sein wollen. Und hier im Berner Oberland hängen 80 Prozent der Arbeitsplätze am Tourismus. Wäre es da nicht verkehrt, wenn diese Krise spurlos an uns vorübergehen würde und uns nicht irgendwie selber betrifft? Gleichzeitig ist es ein Vorrecht, in einem Land zu leben, das für solche Zeiten die Kurzarbeit kennt. Somit sind die Gehälter unserer Angestellten gesichert und auch wir Brüder gehen nicht ganz leer aus. Und es ist ein Geschenk, viele Freunde zu haben, die uns mit ihren Spenden helfen. Es ist so entlastend zu wissen, dass ich in den nächsten drei Wochen auf jeden Fall alle Rechnungen bezahlen kann. Und es ist schön, nicht nur die Namen der Spender zu lesen, sondern auch die Gesichter dahinter zu kennen und manchmal auch die Geschichten hinter den Spenden zu erfahren. Das eine Mal sind es vier Kinder einer befreundeten Familie, die ihre Sparschweine plündern. Und jedes Kind überweist 10 Euro von seinem Taschengeld. Eine gute Freundin bietet Online-Pilates an und den Ertrag überweist sie uns. Dann gibt es wieder Gäste, die nicht kommen können, aber einen Teil oder einen vollen Betrag ihren Aufenthaltes uns als Spende überweisen. Und dann kommt es auch vor, dass mit der Post ein anonymer Umschlag kommt mit Geld drin. Wir erleben merkwürdige Zeiten und machen bemerkenswerte Erfahrungen. Welche bemerkenswerte Erfahrung haben Sie in den letzten Tagen und Wochen machen dürfen? Für einen letzten Gedankengang nehme ich Sie hierher in den oberen Teil der Kapelle mit. Wir Ralliger beginnen immer deutlicher zu ahnen, dass es noch länger dauern wird, bis es eine neue Normalität geben wird. Und es dämmert uns so langsam, dass die neue Normalität auch längerfristig nicht mehr so sein wird, wie es uns von gestern her lieb ist und vertraut war. Als ich kürzlich wieder mal einen Kontrollgang durch all die leeren Häuser und Zimmer machte, überkam mich eine eigenartige Stimmung. Leere Gästehäuser können ähnlich befremden oder irritieren, wie es damals das leere Grab bei den Jüngern und den Frauen gemacht hat. Damals löste das bei den beteiligten Frauen und Jüngern den völligen Lockdown aus. Sie begaben sich freiwillig in eine Art Selbstisolation. Aber der Auferstandene Jesus Christus erschien ihnen immer wieder. Manchmal missachtete er sogar das Social Distancing. Und der Auferstandene ließ seinen Jüngern viel Zeit, viel Zeit dem Vertrauten abzutrauern und sich auf die neue Normalität einzustellen. Lukas berichtet, dass es une quarantaine de jours waren, dass es eine Zeit von 40 Tagen war. Und dann zeigte der Auferstandene seinen Jüngern den Rücken. Aber nicht, weil er sich von ihnen abgewandt hatte, sondern weil er ihnen vorausging. Und er ging ihnen dorthin voraus, wo er sie ursprünglich berufen hatte, nach Galiläa. Und dort, am Ort der ursprünglichen Berufung, erneuerte und erweiterte er die Berufung der Jünger. Nachzulesen bei Matthäus 28, die letzten Verse. Er schickte sie hinaus in die weite Welt. Und am Pfingsten gab er dazu eine ganz neue Begeisterung mit auf den Weg. Das war einer der Anfangsimpulse der Christusträger vor fast 60 Jahren. Will er in dieser denk- und merkwürdigen Zeit uns alle, sie, euch und uns, an unsere ursprüngliche Berufung erinnern, auf die sich im Laufe der Zeit etwas Staub gelegt hat? Ich schließe mit einem Gebet von Paul Ringseisen. Und sie können laut oder leise mitbeten und immer am Ende eines Satzes bekräftigen, geh uns voran. Du Meister unseres Glaubens, unserer Hoffnung, unserer Liebe, geh uns voran. Auf dem Weg durch die Wüste, auf dem Weg in die Freiheit, geh uns voran. Auf dem Weg durch die Enge, auf dem Weg in die Weite, geh uns voran. Auf dem Weg durch das Dunkel, auf dem Weg ins Licht, geh uns voran. Auf dem Weg durch das Leiden, auf dem Weg in die Freude, geh uns voran. Auf dem Weg zu unseren Brüdern und Schwestern, auf dem Weg zu deinem und unserem Vater, geh uns voran.